Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Steuerkreis des Einlass-Krümmer-Abstimmventils Niedrige Bank erste Was bedeutet das? Dies ist ein allgemeiner Fehlercode für die Diagnose des Antriebsstrangs DTC und gilt normalerweise für OBDI-Fahrzeuge. Zu den Fahrzeugmarken gehören unter anderem Saturn, Land Rover, Porsche, Opel, Dodge, Chrysler, Mazda, Mitsubishi, Chevy, Honda, Akura, Isuzu, Ford und so weiter, das ECM Motorsteuergerät ist für die Überwachung der Überwachung und Einstellung zahlreicher Sensoren und Systeme verantwortlich, die am Betrieb ihres Fahrzeugs beteiligt sind, ganz zu schweigen von der Erkennung von Fehlern in diesen Systemen und Schaltkreisen, eines der Systeme, für die ihr ECM verantwortlich ist, um die gewünschten Werte zu überwachen und mit ihnen zu korrelieren ist das Einlass-Krümmer-Abstimm-Ventil, ich habe gehört, dass diese Namen genannt werden, aber in der Reparaturwelt kommt häufig ein Klappenventil vor, das Einlass-Krümmer-Abstimm-Ventil hat mehrere mögliche Zwecke, um die Leistung und das Fahrverhalten ihres Motors zu verbessern, eine besteht darin, den Druck zwischen den Ansaugkammern zu regulieren, die andere Möglichkeit besteht darin, die Ansaugluft zu einem separaten Satz von Ansaugkanälen oder einer Kombination umzuleiten, um den Durchfluss und möglicherweise die Leistung ihres Motors zu ändern, das Ventil selbst besteht meiner Erfahrung nach hauptsächlich aus Kunststoff, sodass Sie sich einige mögliche Fehlfunktionen in Kombination mit notorisch hohen Temperaturen im Motorraum vorstellen können, P0661 ist der Fehlercode, der als Steuerkreis des Einlass-Krümmer-Abstimm-Ventils, niedrige Bank 1 gekennzeichnet ist, dies zeigt an, dass das ECM einen zu niedrigen elektrischen Messwert vom Ventil auf Bank 1 erkannt hat, bei Motoren mit mehreren Bänken, zum Beispiel V6, V8, ist Bank die Seite des Motors, die Zylinder enthält, dieser Code kann entweder durch einen mechanischen oder elektrischen Fehler am Einlass-Krümmer-Abstimm-Ventil ausgelöst werden, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der extremer Kälte ausgesetzt ist, kann dies zu Fehlfunktionen des Ventils führen und sich nicht fließend gemäß den Wünschen des ECM drehen, ein GM-Ansaug-Krümmer-Abstimm-Ventil, was ist der schwere Grad dieses DTC, abhängig vom tatsächlichen Problem in Ihrem Fall kann dies von nichts, worüber Sie sich Sorgen machen müssen, bis zu etwas ziemlich Schwerem reichen, das möglicherweise die Innenteile Ihres Motors beschädigt, es ist eine gute Idee, beim Umgang mit mechanischen Teilen wie dem Einlass-Krümmer-Abstimm-Ventil auf Nummer sicher zu gehen, es besteht die Möglichkeit, dass unerwünschte Teile in den Brennraum des Motors gelangen, denken Sie also daran, wenn Sie daran denken, dies bis zu einem anderen Tag zu verschieben, was sind einige der Symptome des Codes, zu den Symptomen eines P0661-Diagnose-Codes können gehören, schlechte Motorleistung, lautes Klickgeräusch aus dem Motorraum, verringerter Kraftstoffverbrauch, mögliche Fehlzündung beim Start, reduzierte Motorleistung, Leistungsbereich geändert, Kaltstartprobleme, was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes, Ursachen für diesen P0661-Motorkode können sein, Einstellventil für Ansaugkrümmer, Läufer, Defekt, Defekte Ventilteile, Ventilstecken geblieben, Extremkaltverdrahtungsproblem, zum Beispiel Scheuern, Risse, Korrosion und so weiter, elektrischer Stecker, Defekt, ECM-Problem, Verunreinigung des Ventils, was sind einige P0661-Diagnose- und Fehlerbehebungsschritte, der erste Schritt bei der Fehlerbehebung bei Fehlfunktionen besteht darin, die Technical Service Buildtanks, TSB, auf bekannte Probleme mit dem jeweiligen Fahrzeug zu untersuchen, fortgeschrittene Diagnoseschritte werden sehr fahrzeugspezifisch und erfordern möglicherweise die entsprechende fortgeschrittene Ausrüstung und das entsprechende Wissen, um genau zu arbeiten, nachfolgend finden Sie grundlegende Schritte, weitere Informationen zu bestimmten Schritten für Ihr Fahrzeug finden Sie in einer spezifischen Reparaturanleitung für Fahrzeug Jahr Marke Modell Antriebsstrang, grundlegender Schritt 1 Immer wenn ein DTC Diagnosefehler Code vom ECM aktiviert wird, ist es als Heimwerker eine gute Idee, alle Codes zu löschen, um festzustellen, ob sie sofort wieder eingeschaltet werden, wenn nicht, nehmen Sie das Fahrzeug für lange und zahlreiche Probefahrten, um festzustellen, ob es nach einigen Arbeitszyklen wieder aktiv wird, wenn es reaktiviert wird, fahren Sie mit der Diagnose der aktiven Codes fort, grundlegender Schritt 2 Zuerst müssen Sie das Einlasskrümmerabstimmventil lokalisieren, dies kann schwierig sein, da Sie häufig intern im Ansaugkrümmer selbst montiert sind, trotzdem sollte der Anschluss für das Ventil gut zugänglich sein, überprüfen Sie ihn daher visuell und suchen Sie nach gebrochenen Laschen, geschmolzenem Kunststoff und so weiter um sicherzustellen, dass eine ausreichende elektrische Verbindung hergestellt wird. Grundlegender Schritt 3 Abhängig von den Funktionen Ihres OBD2-Codelesers Diagnosetesters können Sie das Ventil möglicherweise elektronisch damit betreiben, wenn Sie diese Option finden, können Sie möglicherweise feststellen, ob das Ventil über seinen gesamten Bereich arbeitet, wenn Sie Klickgeräusche von Ihrem Einlass hören, können Sie auf diese Weise feststellen, ob das Einlassventil des Ansaugkrümmers dafür verantwortlich ist, wenn Sie beim Einstellen des Sensors mit Ihrem Scanner ein abnormales Klicken vom Einlass hören, besteht eine gute Chance, dass ein Hindernis vorhanden ist oder das Ventil selbst aus dem einen oder anderen Grund festsitzt, zu diesem Zeitpunkt ist es eine gute Idee, das Ventil zu entfernen und es physisch und im Ansaugkrümmer auf eventuelle Hindernisse zu untersuchen, wenn keine Hindernisse vorhanden sind und das Klicken vorhanden ist, können Sie versuchen, das Ventil auszutauschen, dies ist höchstwahrscheinlich das Problem, denken Sie daran, dass dies in einigen Fällen keine leichte Aufgabe ist, führen Sie daher Ihre Recherchen im Voraus durch, damit Sie nicht ohne die richtigen Teile, Werkzeuge und so weiter gestrandet sind, Hinweis, lesen Sie immer die technischen Daten des Herstellers, bevor Sie Reparaturen oder Diagnosen an Ihrem Fahrzeug durchführen, grundlegender Schritt 4 vergessen Sie nicht, den am Abstimmventil beteiligten Kabelbaum zu überprüfen, diese Kabelbäume können durch Motorteile und andere Bereiche mit hoher Hitze geführt werden, ganz zu schweigen von möglichen Reibungenrissen, die mit Motorvibrationen verbunden sind, grundlegender Schritt Nummer 5 wenn Sie alles andere ausprobiert haben, schauen Sie sich Ihr ECM Engine Control Module an, insbesondere wenn derzeit mehrere unabhängige Codes aktiv sind oder zeitweise ein- und ausgeschaltet werden, dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und die technischen Daten und Service-Buildtanks für Ihr spezifisches Fahrzeug sollten immer Vorrang haben